Die Gerüchte dazu bestanden durchaus schon länger, nun ist es aber auch offiziell ein Done-Deal. BVB-Profi Karim Adeyemi ist zusammen mit Rapperin Lohedana. Am Donnerstagabend veröffentlichten sie eben einen gemeinsamen Insta-Post, in dem sie eben die Liebesbotschaft verkündeten, dass sie nun also ein Paar sind. Nach der Beziehung mit Rapper Mossig ist es für die 27-Jährige bereits die zweite Beziehung mit einem Mann, der eben in der Öffentlichkeit steht und auch selbst durchaus bekannt ist, eben mit dem 21-Jährigen Top-Talent Karim Adeyemi vom BVB. Dass diese Beziehung schon durchaus länger Bestand hat und zunächst wohl noch geheim gehalten wurde, hat jetzt eben kein geringerer Verraten wie einfach fucking Jude Bellingham, der von Borussia Dortmund für 100 Millionen zu Real Madrid gewechselte, kommentierte den Post eben mit dem Wort endlich und suggeriert damit eben, dass die Spieler bzw. seine Kollegen in der Mannschaft durchaus schon länger davon wussten und dass er sich eben nun darüber erfreut, dass das Ganze veröffentlicht wurde. Ebenso kommentierte der ehemalige Salzburger Mitspieler von Adeyemi, nämlich Dominik Soberschlei, das Ganze mit drei Herzen. Also das war durchaus schon länger bekannt in seinen Freundeskreisen. Trotzdem krass, dass einfach Jude Bellingham kommentiert. Und auch noch auf Deutsch finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch, auch wenn er jetzt nicht mehr in Deutschland spielt. Aber wenn das Ganze schon länger geheim war, besteht ja vielleicht auch ein Zusammenhang damit mit seiner Leistung, denn seine Hinrunde war durchaus schwach und die Rückrunde war ja dann nach und nach wirklich viel besser. Vielleicht liegt es an der Beziehung, man weiß es nicht. Man kann es natürlich nur vermuten. So viel also mal dazu. Ich persönlich muss sagen, ich finde das Ganze schon recht cool. Einfach mal so eine Mischung mit dem Rap-Game und dem Fußball-Game in Deutschland finde ich auf jeden Fall, ja, außergewöhnlich nicht. Da gibt es durchaus schon was, wenn man schaut, Rav Camorra, Alaba und so weiter, gibt es schon durchaus Verbindungen mit dem Rap-Game, aber jetzt so eine Beziehung finde ich schon krass. Und ja, ich persönlich feiere es. Viele kritisieren es jetzt aufgrund der Vergangenheit. Aber ganz ehrlich, Leben und Leben lassen ist ja deren Ding letztendlich. Ich wollte jetzt einfach mal nur darüber berichten. Ehrlich gesagt auch für die Klicks ein bisschen mitnehmen ist ein Thema, was gerade durchaus angesagt ist. Ansonsten mache ich eher anderen Content, viel Analyses dafür. Schaut gerne mal rein, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mir auch sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.